es kommt zu einem neuen Video auf dem Kanal Playtiger das ist mal ein anderes Video als normal ich äh es ist ein Info Video sobald ich es wahrscheinlich auch nennen ähm nämlich zu der Upload-Regelung jetzt ja ich nehme schon am letzten Tag meiner Ferien auf, den Montag äh und ich muss halt äh also am heutigen Tag, wie das Video online kommt, ist ja Dienstag ähm es hat wieder Schüler für mich ich denke für die meisten anderen auch und da werde ich halt nicht mehr jeden Tag ein Video hochladen können, das ist einfach nicht mehr möglich äh ich denke das ist auch irgendwie klar weil wie soll ich das schaffen, ich muss ja auch für die Schüler was machen er wird so sein, ich werde den Video hochladen, wann ich Zeit habe ich versuche irgendwie erstmal so zwei Tage zufrieden oder so aber dann werde ich vor allem glaube ich am Anfang jetzt nach der Ferie nicht einhalten können, da ich nur noch zwei Tests habe und ich sehe bald, weil ich nicht so gut bin und ich dafür ordentlich lernen muss ähm wird dann äh werde ich halt weniger machen, müssen immer gar keine Videos kommen in der Zeit dann ist es auch noch so ähm wenn jetzt so eine Klasse-Ball-Phase ist, die ist ja so immer so vielleicht ein Monat lang also oder zwei, drei Wochen äh in der Zeit werden wahrscheinlich gar keine Videos kommen, weil da bin ich, hab ich gar keine Zeit mehr äh da bin ich wirklich nur am Lernen, Schule und Lernen und das passt dann und ein bisschen Freizeit möchte ich dann noch behalten also ich möchte nicht mehr die gesamte Freizeit dann irgendwie nur für YouTube reinstecken dass ich mich gar nichts mehr habe, dann würde ich aber auch nicht mehr packen, dann wäre zu viel für mich heißt in der Zeit bekommt dann gar keine Videos mehr und auch wenn ich weg bin, kommen auch keine Videos Aussicht habe ich mir vorproziert, das leckt das hier wiederum ähm das ist die Sache, also es kommen Videos, immer wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust habe, wenn ich keine Lust habe, dann kommen auch keine Videos ah ja, was ist denn da drüben auf jeden Fall, ansonsten kommen natürlich keine Videos, dann halt von der Zeit her, muss ich dann immer schauen jetzt nach den Ferien, werde ich erstmal durch Zeugnisse, werde ich wieder Zeit haben, weil dann komme ich erst dran arbeiten aber das hängt halt immer genau von der Schul-Situation ab also jetzt werde ich erstmal runterfahren, versuche je zwei Tage einen Ablauf zu kriegen das werde ich aber nicht lange durchhalten können, dann werde ich runter regeln oder wenn ich mehr Zeit habe, wieder hochhegeln täglich Videos, wenn meine Schulzeit nicht kommen, das schaffe ich nicht ja, das war's eigentlich mit diesem Video, äh noch aus dem Winterresort zum Lauter hier das ist schön Falknick-Bahn, ja und ich hoffe, ich konnte euch damit noch einmal kurz erklären, wann und wie Videos kommen sollen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten richtigen Video wieder das kommt dann wahrscheinlich morgen, also Mittwoch oder übermorgen muss ich noch schauen und ja, dann sehen wir uns auf nicht da wieder ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn ihr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch und drückt die Glocke und ja, wenn euch die Abbetreibung gefällt, dann lasst doch noch ein Like da dann ja, dann tschüss bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.